Wir durften erleben, wie schön es ist, mit Musik, Freude in die Herzen und in die Gesichter unserer Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen zu zaubern. Danke Pete Art, das war eine wunderschöne halbe Stunde mit Musik von Elvis & Co. aus den 70ern. Es ist unglaublich schön anzuschauen, wie die Leute miteinander hier leben, es ihnen gut geht, das Personal ist ein Traum, sie kümmern sich total um die Bewohner. Es ist echt, echt, echt total süß und eigentlich rührselig und schön anzuschauen, das zu beobachten, wie die wirklich ein Miteinander und nicht unbedingt nur einen versorgen oder sonst reden muss. Sondern du hast das Gefühl, es geht ihnen gut und heute vielleicht nochmal ein bisschen mehr, weil ich einfach jetzt da 40 Minuten singen habe dürfen und ja, es hat irrsinnig Spaß gemacht. Einmal was anderes, aber wie gesagt, ihr habt ihr lange nicht gespürt und nicht gesungen und das war heute wirklich etwas ganz Großes für mich und ich danke dafür. Also wenn ich diese Musik höre, da wäre ich gerne um 20 Jahre oder noch ein bisschen jünger und ich höre sie sehr gerne. Also und das juckt mich dann auch natürlich. Also immer die Filme gesehen und alles von ihm, es liegt mir sehr im Ohr. Es ist unsere Jugendmusik gewesen. Ja, es geht einem schon ein bisschen ins Blut, das stimmt schon, das stimmt schon. Der war sehr gut. Ja, gute Bewegungen hat er gemacht, eine schöne Stimme hat er gehabt, sehr viel Text hat er gewusst. Wunderbar! Danke! Das war bezaubern, Dankeschön. Alles, alles Liebe, meine Lieben, alles Gute, bleibt gesund. Dankeschön für den Applaus, danke fürs Zuhören. Euer Peter Art. Ciao, Baba, Dankeschön. Unsere Bewohnerinnen haben heute abgerockt bei Elvis & Co. Wir rocken ab bei Falco, Backstreet Boys, Britney Spears und Co. Also, viel Spaß beim Älterwerden. Untertitelung im Auftrag des Zav volunteers